Seit 2017, 2018 haben wir die Malicia Ocean Challenge oder die MyOcean Challenge entwickelt. Und das Schulprogramm, was wir eigentlich mit unserer Segelkampagne verknüpfen. Und dafür gibt es schon seit langer Zeit ein Schulheft, was sich auch immer wieder weiterentwickelt hat. Und das war so ein bisschen die Vorarbeit, die dann auch in dieses Buch eingeflossen ist. Ja, Klimaschutz ist einfach sozusagen das größte und wichtigste Thema aus meiner Sicht. Und das heißt jetzt nicht, dass andere Themen weniger wichtig sind oder so. Ich will das gar nicht so werten, aber es ist irgendwie auch eine spannende Herausforderung, weil es so ein umfassendes Problem ist und eine umfassende Herausforderung. Die Ozeane werden zu warm durch den Klimawandel und sie versauern durch das ganze CO2, was die Ozeane aufnehmen. Sie nehmen ja ein Drittel des menschengemachten CO2 auf. Und das verändert die Ozeane mindestens, wenn nicht noch viel grundlegender als die Plastikvermögen. Es geht um Segeln, den Ozean, den Ozean erforschen, um das Thema, warum erwärmt sich die Erde, was ist eigentlich der Klimawandel, welche Rolle spielt der Ozean. Und dann haben wir einen ganz großen Fokus darauf auf Lösungen. Wie können wir eigentlich der Klimakrise begegnen? Was können wir alle tun? Was können die Unternehmen tun? Welche neuen Fortschritte gibt es? Und ja, es ist ein sehr hoffnungsvolles Buch, was Spaß macht und Lust macht, mehr zu erfahren. Und ja, es ist ein sehr hoffnungsvolles Buch.